Mr. Fister, Mr. Fister, Mr. So, name und hallo und herzlich willkommen zu Tabletop Simulator. Kann das vorbereiten? Wie heißen sie? Zimtstädchen und Creepy. Da verbergen sich Kai und Master. Hallo. Wir sind jetzt im wunderschönen... Ich habe das Spiel nicht gespielt. Vanishing of Ethan Carter. Daraus ist dieses Bild oder so. Aha, aha, aha. Ja, schöne 4K-Auflösung. Auch wenn man davon nichts sieht bei YouTube. Und wir spielen Uno. Ja, voll gut. Soll ich einfach mal austeilen? Ja, ja. So, drei, vier, fünf, sechs... Warte, eins, zwei, drei, vier, fünf... Ja, zehn ist schwierig, wie man merkt. Und einen zum Aufdecken. So. Wer wird an? Der Jüngste, wie immer. Der muss ich ja anfangen. Der Verlierer der letzten Runde. Also auch du. Nein. Verdammt! Ja, wer findet das an? Kann man hier so Schere, Stein, Papier machen? Nee. Schade. Leider nicht, ne? So, das war jetzt eine blaue Eins, ne? Ja. Das ist doof, dass hier manchmal die Karten... Ähm... Das ist eine Acht. Wir nehmen eine gelbe Acht. Oh, Abwechslung. Mhm. Das waren jetzt zwei. Ist das jetzt rot oder grün, Master? Mir egal. Das ist grün. So viel sie denn doch noch, okay. Ah, so, dann kommt nochmal eine rote 3 drauf, ne? Was? Die ist grün. Da ist halt mal, wenn ich Farben sehen, ja? Ähm... Die ist auf wieviel? Die ist auf maximal. Ja, mach mal auf so mittlere Höhe. Okay. So, welche Farbe? Äh, blau. Ne, rot. Rot, rot, rot. Ah, rot geht. Nein, ne, blau. Ne, rot. Ne, rot. Rote 5. Äh... Gibt zwei rote 5? Ich hab auch eine. Ja. Okay. Pöppel da. Bis dann 0. Ich, ich... Ich hab nie wirklich Uno gespielt. So, was ist das? Das ist eine rote 7. Ähm... Ich die ist grün. Ich wünsch mir... Gelb. heiße. Ja, nicht den ganzen Stapel. Kannste auch gerne nehmen. Äh... Ist leichter. Haben wir gewonnen. So, äh... Ich glaub, das sind mehrere Karten. Egal. Mh... Nee, ich... Ich kann nicht. Habt ihr die jetzt eigentlich gesehen? Als ich die hochgehoben hab? Nee. Deswegen wollte ich mal gucken. Das sieht man jetzt. Okay, also schon mal einen roten... Umdreh-Dings. Oh, ja. So, du hattest... Hattest du jetzt die zwei gleich, Marste? Ja. Zeig auf mir. Dann... Leg ich da auch nochmal eine 2 drauf. Hm, ich auch. Wehe, Marste. Äh, nein! Nein! Ah... Eins... Zwei... Drei... Ja... Passen sie überhaupt so viele hin? Fünf... Sechs... Ja, da passen noch viel mehr hin. Äh... 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 SONK. Son Им ist jetzt so besonders wie natürlich eine kонов costs cost аing ま courses im od"... So, eine 5... So... Ich bin da für jemand später nach meinem Richtungswechsel, aber ich will nicht mal total die schwarzen Karten... abbekommen. Ich kann nicht. Die schwarzen Karten? Ohh... Ähhh... Ich hätte gerne grün. Abgelehnt! Man kommt schon bekannt an das.... Ich möchte sein Name spielen, Perfect! Haben wir... ene grün! Ne, hips keinen. Was für eine Farb bin ich denn? Ah, ich bin grün. Rot. Geht das überhaupt? Ja. Bei Mamao ging das nicht, dass man Bubel auf Bubel legt. Tja. Dann nicht. Wir sind hier ja auch nie bei Mamao. Bubel auf Bubel ist ja auch verboten. Ich kann in manchen Ländern. Du kannst nicht. Was warst du denn jetzt? Ich hab mir rot. Rot. Ah, rot. Ja, Mula Rouge hab ich ganz viel. Hab ich rot? Nee, ich hab keine rot. Oh, Richtungswechsel. Nee, ich... Das sind... So. Wir können auch mit Zwischenwerfen und so spielen. Nee, das lassen wir nicht mal. So. Rot. Rote 3. Nee, kann ich. Noch eine? Okay, dann wechsel ich mal wieder die Farbe. Hier, schönes Pissgelb. Papi, kriegst du eigentlich irgendetwas hin? Ja, ich hab's halt nicht hochgekriegt. Es tut mir leid, in deinem Alter. Oh no! Ach, das müssen wir jetzt irgendwie verhindern. Na. Und euer Face! Ja, dann zieh erstmal. Warum hast du kein Plus 4 gehabt? Geht ja nicht, oder? Äh. 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 Plus 4 kannst du auf alles legen. Ich kann nicht. Muss ich jetzt nochmal eine ziehen? Ja. Ja, aber Plus 2 kann man nicht auf Plus 4 legen, ne? So was. Nee, das geht nicht. Kannst beides nicht aufeinander legen. Äh, das ist blau, ne? Kannst schwarz nicht auf, äh, also Plus 2 nicht auf Plus 4? Kannst nicht? Nee. Oh, das ist ja schlecht. Höh! Ups. Sorry. Ja, da kannst du denn auch nicht legen. Hahaha. Hahaha. Ich kann immer noch nicht. Okay. So. Ist das nicht schön? Triple Uno. Wieder seine scheiß Farbe hier. Rot. Hahaha. Hahaha. Nee. Obwohl ich sagen, du auch nichts bringen, weil auf deine Hand sehen sie doch auch gleich aus. Darf ich mich auch gefragt? Ich muss mal gucken. Vielleicht gibt es ja eine Farblinden-Variante von Oma. Ja, das machen wir mal. So, wer ist- dann ist jetzt Master dran? Rila und Blau kann ich auch nicht. Nö, da ist Purple dran. Juhu. Oh, ich kann nicht. Arsch nach. Hahaha. Warte. Nee, ich kann immer nicht. Pff. Oh, richtig. Vielleicht jetzt? Nee, du bist nochmal dran. Oh, okay. Okay, ich kann jetzt auch nicht. Ah. Nee, ich kann nicht. Demo noch nicht? Nein. Nein. Okay. So. Ich habe keine Plus-Vier. Das ist natürlich gewesen. Oh, du Null-Master. Ja, du bist Null. Warte. Urin-Gelb. Hätte nur ein normales Gelb gehabt. Ja, dann geht das eigentlich. Nee, kann ich. Ja, kann ich. Gelb. Gelb, ja. Kann ich. Hm. Uno. Ich habe gehofft, dass du es vergisst. Noch habe ich kein Alzheimer. Oh, dann bin ich dran, ne? Das ist aber nett von dir. Du musst dich schauen. Das erste Spiel gewonnen. Das erste Spiel. Jetzt bin ich, ne? Ja. Äh. Ja. Das ist grün. Hey, was? Das ist blau. Nee, du darfst. Kann nicht. Ich hätte doch grün lassen sollen. Oh, was? Was? Kann ich. Oh, das ist eine andere Farbe. Kann ich. Kann immer noch nicht. Es ist eine neue. Ja. Akku wechseln vom Headset. So, ja. So, einmal. Kann ich. Und wieder da. Kann ich. Oh, scheiße. Sind ja immer noch nicht fertig. Was ist denn hier los? Ja, du bist. Soll ich glaube, den Tisch hier wegkicken, ne? Uno? Hm. Nö. 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 Du sauer. Pappe. Nein. Halt halt. Das ist doof, dass wir das ja nicht sehen können. Halt halt. Ja, ich wünsche mir nämlich. Ich glaube, das geht oder nicht. Was ist denn das? Grün wünsche ich mir. Drei. Vier. Flip, 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 flip. Flip. Äh. Ja, kannst du haben, ne? Leck mich doch. Zehn Stunden später. Ja, und Uno sind schon ganze Familien zerbrochen, ne? Hallo. Ich bin immer noch dran. Nein. Doch. Ah. Da können wir ein bisschen was schon malen. Du siehst irgendwie nur... Oh, nee. Pappe. Was soll das sein? Das wird ein... ein Smiley. Äh, kann... Ah, so. So. Zimmsternchen, weiter. Moop. Ja. Warte, ich kann helfen. Nein, kann nicht. Ah, 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 ha. Äh. Sieht aus wie ein Erstklässler. Kann ich? Ja. Das. Was ist das? Eine rote 7. Das wird spannend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer würde das nach Hause bringen? Würde es der Loser oder der Noob? Oh. Oh. Alter. Wer kann nicht? Was ist das für eine Farbe? Rot. Rot. Ich kann nicht. Oh, verdammt. Ohne, ohne. Ohne Scheiße. Weg da weg. Also dieser Tabletop, so wie man das ist, ist echt cool. Ja. Sag ich mal, was du hier so... Was hat er denn schönes? Flippen aus dem Ding raus geht nicht. Schade. Kannst du vom Tisch flippen. Hui. Hui. Ja, das war eine Folge Uno. Ja. Entweder gibt es mehr Uno oder andere Spiele, weil hier kannst du ja ordentlich Gas geben mit dem Spiel und aus dem Workshop zigtausend Spiele runterladen. Ich zeig dir meine Pokémon-Karte. Ja, ich danke fürs Reinschauen. Oder wir danken fürs Reinschauen. Noob und Loser, sagt mal Tschüss. 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 Das machst du doch noch nicht. Tschüss. Ach ja, er ist ganz traurig, dass er verloren hat. Ja, Opfer. Der arme Loser. Na gut, da bist du disbar. Tschüss. Warum will ich nicht? Tschüss. YouTube Money Bitches. Warum gibst du mir eigentlich nicht die... Warum gibst du mir nicht die Rechte zum Flippen? Tschüss. Tschüss. Tschüss.